Musik Ich hatte immer zwei Ziele. Zum einen war es, Schwingkönig zu werden. Das durfte ich zum grossen Glück erreichen. Ein weiteres Ziel war es, einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb zu führen, zu haben. Die Tiere, vor allem Kühe, Kälbchen, Rindchen, hatte ich schon als kleiner Bub immer sehr Freude. Das war für mich etwas sehr Wichtiges. Das war auch das, was mich immer in den Stall zogen. Der Tierwohl ist uns extrem wichtig. Wenn es den Tieren gut geht, dann geht es auch den Bauern gut. Das Verhältnis ist eng. Wir sind im Alltag mit den Tieren zusammen. Uns ist es extrem wichtig, dass sie gesund sind. Nur wenn sie gesund sind, sind sie leistungsfähig und produzieren. Er kann so viel trainieren, wie er will. Er kann so viel leisten, wie er will. Aber er muss auch zu sich schauen. Und zu den Kühen muss man auch schauen. Nur dann gibt es ganz gute Milch. Mein Name ist Matthias Dembach, ich bin Milchproduzent für Emitaler AOP und seit 2010 Markenbotschafter für Emitaler in der Schweiz. Zeland.